So Leute, was geht? Willkommen zu einem Video und zwar heute mal wieder Dreamhack, Duo Dreamhack, aber dieses Mal auf NA-Servern, das heißt wir waren hier mit einem 100er Ping unterwegs. Und unser zweiter Nachteil war, dass das Ganze fast zeitgleich mit den EU-Servern war. Das heißt also, nachdem wir mit der EU fertig waren, wo wir uns auch qualified haben, hatten wir nur noch ungefähr 1 Stunde und 20 Minuten Zeit, um uns dann für NA zu qualifieren. Ist auf jeden Fall nicht einfach in einer so kurzen Zeit. Ob wir das Ganze geschafft haben, seht ihr wieder am Ende des Videos. Top 500 Duos qualifieren sich hier. Und falls ihr noch neu seid und euch die ganzen Videos hier gefallen, dann lasst doch noch gerne ein Abo da. Genauso gerne könnt ihr auch meinen Creator-Code im Shop eintragen. Ist natürlich auch kostenlos und damit könnt ihr mich noch extra supporten. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ehre an alle, die das machen. Und ich will auch gar nicht länger reden, also fangen wir direkt an mit dem Video. Viel Spaß. Ola, komm doch her, mein Freund. Hab ihn. Hast du ihn schon ein paar Mal... Oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja. Ey, ich lege. Mit 8 damage. Er hatte eine Waffe, sonst nichts. Der ist minus 50. Er ist crack auf jeden Fall. Und dead. Ich finde ja frech, dass du meinen Krieg geklaut hast eigentlich. Der ist minus 50. Oh mein Gott. Alter, was geht mit XXL wie XXLSD ab? Auf einmal, ob wir 90 schon rein oder was? Ey, egal, ob wir Top 3000 waren oder Platz 10 oder so. Ja, immer so lange. Ich hab einen noch. Stark. Danke. Weil der dauernd. Weil der immer ein Platz drunter ist. Ja, ja. Normal. Normal. Nein. Oh, nee. Hallo, Waka. Nee, das hab ich gerade nicht gesehen. Ich glaube, die lässt sich besser klicken. Ich bin direkt selber dead. Nee, ich leb noch. Ich werd gepusht. Da rein. Ja, Bro. Einer ist auch in meiner Wall. Check. Einer ist oben auf dem Kinn. Dead. Oh mein Gott. 30. Oder 90, glaube ich, war das. 20 Rite. 50 Rite. Ein Hit, ein Hit. Dead. Leading the best aim. So mehr Lacks du hast, desto weniger connected. Das hört sich komisch an. Aber es ist so. Oh mein. Hier. Dead. Ich bin tot. Robin. Hat mich spart. Ich bin einer P. Raus, raus, raus. Crack mich. Crack mich. Crack mich nicht. Ich fack dich nicht. Los. Ja, neues Team. Das sind doch die besten. Das war ein Safety-WQ aus der Lobby jetzt. Ja, doch, doch, doch. Wir können es immer noch packen. Wir können zwei Runden spielen. Dead Attack. So, die laufen halt auch einfach zu zweit rum. Ein Knock, ein Knock. Du bist 1-1. Er rest jetzt schon 10. Er ist genau hier. Auf meinem Marker. Nein, ist er dumm. Ey. No jokes. Ein Rest war auf einer Sekunde oder so. Unter einer Sekunde. 100%ig. Ich habe keine Mats. 100. Down. Ich will auch einfach kurz reinlaufen eigentlich. Ich wollte Headshot-Snipe von links. Ich wusste sogar, dass links noch welche sind. Oh, der ist doch ehrlich süß. Hä, aber wie können wir solche Leute in den Lobbys haben und dann trotzdem auch gleichzeitig irgendwelche, die komplett W-Q die besten sind? Ja, was ist denn eh? Ich weiß dann nicht, ob die padden. Die sind dann nicht so schlau eigentlich. Ja, der paddet, der paddet. Ein Hit in der Luft. Okay. Sag mal bitte. Bleib einfach unter Heid, dass die dich nicht sehen können. Was? Du hast 500 Mats. 2-1. Fight auf Heid. 200 Mats noch. Der ist im Wasser. Nice. Das sind 5 Buildings. Sag mal ehrlich, wie krass fühlst du dich jetzt? Einer ist in der Mitte bei mir. 100. Nice. Wollen wir den hier rum W-Q? 100. Ich bin dead. Nee, ich bin immer in der Box. Du kommst auch mal. Der ist in der Grundfluss. Hol' mich hin. Wo ist der andere? Der ist irgendwo nach unten weg. Der ist da. Der ist wirklich toteslo. Der ist wirklich totesloh. Hier unten, hier unten, da, da, da. Er hat mich, er hat mich. Wie hat der mich gelohnt? Oh mein Gott. Let's go, let's go. In meiner Box. Go, go, go. Digga. Ich bin tot. So necky. 100? Dead. Noch einer, noch einer. Nice, ey. Junge, ich hasse ihn, ey. Was haben wir aber wieder mit dir gemacht? Ja, hier in nem Duty, oder? Hast du was besseres? Ja, ja, ja. Der Heid ist grad am Bild fighten. Wir können wieder fronten. Ja, komm. Bin und hier. Ich hab nicht so krass im Netz diesmal. Hier, komm mal her. Ah, ne. Chill. Nein, mach's nix, mach's nix. Mach's nix, scheiße, bitte. Ja, ich will nur, ich will nur die Buildings haben. Bis dahin, ich will nicht mehr innen herkommen. Wir können das Instant paden jetzt. Ja, komm. Ja, ja. Digga, log on. Full log on, full log on. Und ich geh dann wieder einen hoch. Nice, vielleicht können wir mit den Howard'n oder so. Yes. Jetzt. 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 Komm, 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 komm. Wir müssen eins zur Seite. Hier sind Leute auf log on. Pass auf. Trank? Rechts nicht unter dir. Trank? Wir müssen hoch, wir müssen hoch. Geh voll hoch, voll hoch. Noch einen hoch. Jetzt da bleiben. Ich hab nur noch Wood jetzt. Komm her, komm her, ich geb dir alle hot weg. Komm her, bro. Alles. So, geht's heute. Das ist gut. Logan, Logan, loot ich da, mein Gott. Das ist correct. Oh, ich bin 1 AP. Komm hoch, bitte. Du musst hochkommen. Ich versuch's. Das ist gerade echt so einfach. Ich bin echt mal oben. Oh, Gott, ich bin da. Kannst du mit, der Fan? Du musst ganz kurz vorgehen. Hier rechts ist jemand. Der krieg ich's mir rein. Geh einfach rein. Height, guckt. Nein, ich bin zu meinem Rettzer. Bin low. Muss er irgendwie zu mir kommen. Ich muss ganz kurz wieder. Ohne, du hast viel Erde drin. Kannst du stoppen? Wir haben strapped, soft. Wir müssen hier durch. Wir müssen rein. Ohne, ich hab keine Mets mehr. Ich muss fullloggen. Ich hab Wunders. Ich bin dead wahrscheinlich von height. 1 AP. Ich hab keine Mets mehr, ne? Warte. Wenn das, du musst, maybe, bis friende,, walten. Das ist für dich. Ne, ich bin tot am Storm. Es wird nicht reichen. Ja, so wie es gerade aussieht, so wie es jetzt gerade aussieht, hätte ich Top 3 geholt, wären wir gerade Platz 500. Ja und den Kill da noch, ich habe den One-Shot gemacht, aber der hat überlebt.